Hallo, werte MOBA-Freunde, seid gegrüßt. Hier immer wieder ein Lebenszeichen von Mittelstadt TV. Heute geht es um einen Brikina Esslinger Triebwagen, den ich umlackiert habe für die Mittelstädter Kreisbahn. Und ein guter Kollege hat mir dafür ein Soundprojekt fertiggestellt. Hier das Ergebnis. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So viel zu dem Esslinger Triebwagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu guter Letzt hier noch ein Unkrautvertilgungshof, der von der Mittelstädter Kreisbahn gezogen wird. Und am Schluss noch ein paar Bilder, wie ich diese Wagen gealtert habe. Einige mögen sich jetzt vielleicht wundern, warum der Zug so lang ist. Das liegt daran, es sind einmal Epoche 3 und einmal Epoche 4 Wagen. Also im Grunde sind es zwei Züge. Und die habe ich jetzt einfach nur mal für den Film zusammengekuppelt. Und ihr seht auch gleich an den Bildern, dass sie dementsprechend auch verschieden gealtert sind. Ja, ansonsten gibt es bei uns zur Zeit nicht viel Neues, da sich vieles unter Tage abspielt. Das heißt, wir bauen unsere digitale Sachen um, andere Weichenantriebe. Und ich hoffe, dass wir da bald mal mit durch sind. Auch die Rückmeldung wird komplett neu. Und ich dementsprechend dann nachher mal wieder mehr von der Anlage an sich zeigen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.